Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft Minigame. Wir spielen heute One in the Chamber und das natürlich mal wieder. Nicht alleine, sondern mit dem guten Elton. Das ist mein Name, korrekt. Kann ja auch auf YouTube suchen. Das ist sehr gut. Also ich rack hier auch gerade alle easy weg. So sieht's aus. Oh, bei mir geht's tatsächlich gerade ein bisschen ab. Ich hab gerade ein Double Kill gemacht. Okay, okay. Ach ja, man hat eine bestimmte Anzahl an Leben, das heißt man muss echt aufpassen. Ja, aber ich glaube, wenn du direkt am Anfang verreckst, dann kriegst du irgendwie kein Leben abgezogen. Weiß nicht warum, aber... Alles gut. Oh, Mann! Ich finde One in the Chamber ist noch irgendwie viel rageiger als Rage-Mode. Ja, irgendwie schon. Rage-Mode ist gar nicht so schlimm, aber dann Sachen wie One in the Chamber, da ist schon... Ja, das ist schon hart. Das ist schon hart. Oh Gott, war das knapp, Mann. Oh Gott. Geh weg! Ja. Puh. Puh. Hi. Wie geht's dir so? Alles gut? Ich seh dich. Die Map ist aber auch echt schlimm, weil die ist echt unübersichtlich, diese Map hier. Also das ist schon... Oh Gott. Hi. Oh nein. Bitte lass mich in Ruhe ab. Ich bin schon fast down. Oh Mann. One hit. Easy get wrecked. Ja. Easy get wrecked. Du bist sogar Zweiter, du bist ja... Gehst du denn hier ab? Ja, ich bin der Allerbeste gerade. Ich bin der Allerbeste sein. Es ist irgendwie so ein Talent von mir. Ich spiele Spielmodi zum ersten Mal. Also, okay, ist jetzt nicht das erste Mal, dass ich das spiele, aber so auf Hives, so ziemlich das erste Mal tatsächlich. Ich glaube, ich schmule aber jetzt ein bisschen auf. Ich bin jetzt dritter schon am wenigsten. Okay. Oh fuck. Das war nicht gut. Ich treffe ihn nicht. Ich treffe ihn nicht. Oh Mann. Verdammte Scheiße. Oh Mann. Wie viel Leben hast du noch so? Hi. Kacke. Okay. Nee, ich habe noch ein Leben jetzt. Pass auf. Hi. Hi. Na du? Na du? Na du? Nein. Das heißt, du bist tot jetzt? Dauerhaft? Ich bin jetzt down. Ich bin jetzt down, ja. Oh Mann. Das tut mir leid. Das habe ich irgendwie... Du hast vor der Aufnahme gesagt, du willst mich fokussen und das finde ich nicht nett. Finde ich jetzt auch nichts. Fuck. Von der Seite. Wie viel Leben habe ich noch? Auch nur noch eins. Das ist nicht gut, Mann. Das ist nicht gut. Ich glaube die Runde... Ja, es haben jetzt... Was zur Hölle? Hier hat einer noch sechs Leben? Sechs Leben? Was? Sechs? Hey. Ist das ein Anzeige-Bug? Weil bei Tab steht bei einem sechs. Okay, sechs. Da sind das vielleicht gar nicht die Leben. Ja, fünf steht das. Alles klar. Sehr mysteriös das Ganze hier. Ich glaube, man hat am Anfang noch nur fünf Leben, oder? Das ist ein bisschen komisch gerade hier. Ja, kann gut sein. Komm. Ich darf nicht zu lange auf einer Stelle sitzen. Ja, oh, okay. Ja, du schlägst dich noch ganz gut bisher. Ach ja. Nein, ich habe ihn nicht bekommen. Okay, das war's dann. Das war's. Okay. Aber 18, ich führe ganz gut. Du bist zwei da. Du führst, ich glaube nicht, dass sich noch jemand aufholt, weil die beiden haben nur noch ein Leben und der andere noch fünf. So, Ron, let's end it. Nice. So kann man es auch beenden. Einfach die Zeit abwarten, okay? Ja, tatsächlich. Das war super gut, okay. Ich muss sagen, dass mir das sehr gut gefallen hat, One in the Chamber hier auf Hive. Das ist cool, ja. Ja. Das müssen wir noch eine zweite Runde machen. Weiter geht es mit der zweiten Runde mit One in the Chamber mit Wollrich Risp. Okay, das waren coole Anmoderationen, also. Auf jeden Fall. Ich denke, das werde ich auch in meinen Videos, an denen wir es einbauen, einfach nach der Anmoderation. Das finde ich gut. Ist cool, ist cool. Ja, ich finde irgendwie das One in the Chamber auf Hive irgendwie leichter als bei Mario Party zum Beispiel. Kommt mir zumindest vor. Bei Mario Party gibt es das auch? Ja, genau. Ich wusste jetzt gar nicht. Oh, das war jetzt ein heftiger Dach. Ich hink fest, ich hink fest, okay. Okay, also der hatte jetzt nicht gerade so die besten Reflexe, muss ich tatsächlich zugeben. Der hat mich irgendwie ausschlagen lassen. Achtung, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Verdammt. Ich war das. Aber ich wurde auch erschossen in dem Moment. Ja, super. Das ist nicht so die beste Technik eigentlich, um Gegner zu besiegen. Okay, nice. Verdammte Scheiße hier. Verdammte Scheiße, Mann. Verdammt, einer ist vor mir. Ich muss mich beeilen und ranhalten. Wir haben uns gegenseitig mit dem Schwert umgebracht. Wie geht das? Weiß ich nicht. Hi. Wow. Mann. Habe ich gerade ein bisschen Angst bekommen. Eine halbe Sekunde zu spät abgedrückt. Ja. Das kann halt schon das Leben kosten. Wir sind hier direkt hintereinander. Du bist zweiter, ich bin dritter. Wow. Du bist echt nicht schlecht in dem Spielmodus, obwohl du hier doch nicht besonders renommiert bist. Ich bin schlecht oder bin nicht schlecht? Du bist nicht schlecht. Oh, was? Nein. Und das war nicht mal ich. Ja, ich weiß. Die hätte ich es ja noch einigermaßen gegönnt, weißt du? Aber nö, zwischendurch dann einfach abgestaubt zu werden. Nee, aber okay. Alter, war das knapp. Mann. Wenn irgendwie so jemand die Brücke runtergesprungen kommt, plötzlich mit gezücktem Bogen schon. Hast du ein bisschen Angst kurz? Okay. Oh, verdammt. Okay, ein Glück. Oh, ich werde hier gerade echt gejagt. Was? Oh, Mr. Nicknick hat mich ordentlich weggehauen gerade. Läuft noch nicht perfekt, muss ich sagen. Bei mir läuft es gerade auch nicht sehr gut. Ich bin sogar eher in der unteren Hälfte gerade. Ich bin zwar noch zweiter, aber meine Leben sind halt echt rar bestückt, muss ich sagen. Wie hast du noch? Du hast noch zwei Leben. Dann weiche ich nach links aus, weißt du? Nach hinten wieder zurück und werde erschossen. Ich habe nur noch ein Leben, okay. Das heißt, ich werde jetzt tatsächlich dich targeten. Warum? Warum habe ich so einen Schuss gemacht, Mann? Hast du schon? Hinter dir, hinter dir. In die Fresse. Da. Ist mir auch scheißegal, wenn ich jetzt down gehe. Hauptsache, ich habe dich weggehauen. Äh, ja, noch bin ich nichts weiter, wenn hier Mr. Fury noch dabei ist. Ist er noch dabei? Stimmt, stimmt. Der ist noch dabei. Der holt sich jetzt auch seinen Kill. Pass mal auf. Der wird wahrscheinlich dann gewinnen. Ah, nee. Die Runde. Oh, die Runde ist vorbei. Okay, dann. Puh. Zwei, drei. Dann hast du gewonnen wegen Alphabet. Wegen Alphabet. Das ist. Ja, das ist, das ist super. Das ist wirklich. Nur weil du im Alphabet weiter vorne bist als X, Y. Ja, mein Abi, mein Abi habe ich auch nur bekommen, wie ich im Alphabet weiter vorne war als Karl. Karl, hey, es war so, ne? Ich und Karl werden eigentlich durchgefallen, aber die wollen immer so eine bestimmte Quote aufrecht erhalten. Dann haben sie sich gesagt, hier kann, wir werden den nächstbessen und da ich im ABC. Und nun, ja, schön. Ja. Weiter vorne war. Warum auch immer ich gerade ABC statt Alphabet gesagt habe. Ich weiß nicht, hört sich ein bisschen minderbemittel an. Wir machen einfach weiter mit der dritten Runde. Schnell. Weiter geht es mit der dritten Runde mit Wohlrechris. Hi. Ich finde es voll gut, dass du nochmal deinen Aufnahmepartner sagst. Ja, sag ich immer wieder, weil die vergessen das halt immer. Ich habe schon mal direkt zwei Kills abgestaubt, weil hier zwei Leute einfach behindert AFK rumstanden. Okay, ich habe gerade auch einen bekommen auf jeden Fall nochmal. Okay, drei Kills. Mit Pfeil habe ich glaube ich jetzt noch niemanden erwischt, tatsächlich. Oh, den habe ich... Echt? Nein. Nein. Mann. Oh, hier ist einer. Oh Gott, der hat gelaggt. Puh. Oh. Und wie steht es bei dir so? Ich bin Erster im Moment. Okay, ist klar. Erster? Ja, nö, jetzt bin ich Erster, guck mal, wegen Alphabet. Wegen Alphabet. Wegen Alphabet, ey. Ey. Jotaka. Komm hier nicht hoch. Ich komm hier nicht hoch. Hat der einen Pfeil und Bogen noch? Okay, jetzt haben wir wieder Zeit ein bisschen den Floh zu targeten. Er sieht mich nicht. Du schießt doch deinen Pfeil ab, Mann. Ich will nicht angreifen. Okay. Er hat ihn abgeschossen. Jetzt komm hoch. Jetzt komm hoch. Vielleicht hat er ihn sogar getötet. Ich bin mir nicht sicher. Komm doch einfach runter jetzt. Danke. Und dann... Oh, verdammt. Er mich... Nee, doch nicht. Okay. Er hat mich einfach gesnipert. Das war jetzt nicht so cool. Ich habe einen Pfeil. Ich habe einen Pfeil gelassen. Ah, Mann. Oh, nee. Das läuft gar nicht. Ich hätte es einfach bei der ersten Runde belassen sollen. Du hast keinen Pfeil mehr, oder was, jetzt? Ich hatte einen Pfeil, aber ich habe es nicht gefeilt und habe trotzdem mit meinem Schwert drauf eingekloppt. Tschüss. Was? Du schwebst bei mir einfach. Du hast doch noch einen Pfeil. Du bist ein Arsch. Ich bin danach schon noch mal gestorben. Also, keine Sorge. Ich habe durchgestorben. Oh, das ist noch einer. Habe ich meinen Pfeil noch? Ja, ich habe meinen Pfeil noch. Alter, ich habe... Du gehst aber durch den Pfeil durch, Mann. Das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Und? Oh, verdammt. Du bist doch ziemlich down schon. Ja, das ist... Das war nichts. Das war nichts. Okay. Okay, okay, okay. Oh, nein. Dann war ich da aus. Verdammt nochmal. Das war nicht so optimal, jetzt. Oh, nein. Jetzt hole ich dich. Nice. Okay, der hat den One-Hit direkt wieder, ne? Ne, habe ich nicht bekommen. Das war ein anderer, tatsächlich. Echt? Ja. Okay. Ich dachte, du hast... Ja, dachte ich aber auch kurz. Aber ich habe keinen Fall. Deswegen muss es ein anderer gewesen sein. Okay. Oh, nein. Komm schon. Bin ich raus? Ne, ich lebe noch. Ich habe auch nur noch... Ich habe nur noch ein Leben, tatsächlich. Du hast auch noch ein. Ja, ich auch nur noch. Ich könnte dich jetzt rauskippen. Oh, fuck. Das wäre sehr hilfreich, wenn ich dich rauskippen. Nein, nein, nein. Der hackt doch. Der hackt doch, Alter. Hacks, ja. Das sehe ich auch so. Ja. Okay, 31 Sekunden noch. Komm schon, komm schon. Du kriegst keinen Kill mehr. Du kriegst keinen Kill mehr. Ah, verdammt. Bist du down? Nein. Komm, 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 komm. Der hat mich eben auch weggehauen, wie sonst was. Nein. Okay, ein Kill noch? Dann bin ich... Jetzt bist du nur noch wegen Alphabet vorne. Ja, wegen Alphabet. Ich habe ja schon einen Titel. Wo ist so ein Schwastier noch? Irgendwo muss doch hier noch irgend so ein... Huzo sein. Ach, da ist... Nein, 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 nein. Wo sieht man die Zeit? Sieben. Tja. So, so einfach geht's, Flo, ne? So, vielleicht überhole ich... Ne, da müsste ich noch zwei Kills machen. Ne, okay, okay. Da ist die Runde auch schon vorbei. GG. Bow Spam. Oh, das ist ja schön. Ich habe den... Ich habe den Rang Bow Spam. Wunderbar. Redest du nicht mal mit mir jetzt? So schlimm? Okay. Schaut bei Wolre vorbei, wenn ihr noch mehr Hacks sehen wollt. Könnt ihr gerne machen. Und ansonsten... Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr mehr von One in the Chamber sehen wollt. Ich will nicht mehr mehr davon sehen. Ich bin plötzlich mit dir, ne? Finde ich jetzt ein bisschen asozial von dir gewesen. Du hast mich gefokust und dann hast du mir das Leben weggelommen. Dann hast du mich jetzt eben nochmal überholt, ne? Also ich weiß nicht, wie du das aushältst in deinem Körper. Ich würde mich schämen, so ein Monster zu sein. Ist mir auch egal. Schaut einfach bei mir vorbei. Ich mache Schmink-Tutorials und so. Ich weiß, habe ich letztens auch geguckt. Ja, das ist ganz cool. Da habe ich meine rosa Wänkchen ein bisschen neu aufgepudert. Sieht sehr gut aus, muss ich sagen. Ja, finde ich auch. Habe ich auch neulich gesehen. Ja. In deinen Videos. Du hast recht einem guten Vorbild gefolgt. Gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Ja, das ist sehr, sehr schön. Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss. Tschüss.